Wir gehen zum nächsten Referat, auch aus dem Inselspital, Benjamin Misselwitz. Es freut mich sehr, wir kennen uns schon einige Jahre, aber ich freue mich, dass wir jetzt zusammen ein Event durchführen können. Thema Wechselwirkung von Darm und Psyche. Ich bin sehr gespannt und viel Spass. Vielen Dank, lieber Bruno, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich vor Ihnen sprechen kann. Ich möchte Sie auch auf eine Reise mitnehmen und zuerst erklären, Sie wissen, Darm und Darmentzündung, wissen Sie, was das ist. Der Darm kann entweder auf der linken Seite entzündet sein oder auf der rechten Seite nicht entzündet. Und die Entzündung kann sich im Laufe des Lebens, im Laufe der nächsten Jahre ganz unterschiedlich verhalten. Entweder ganz am Anfang auf der linken Seite schwer sein und nachher immer besser werden oder kontinuierlich auf und ab. Es gibt die verschiedensten Varianten. Interessant ist, dass gleichzeitig mit der Entzündung depressive Beschwerden, wir kommen noch dazu, was das genau ist, und Angstbeschwerden auch erhöht sind. Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben zu 24 Prozent depressive Symptome und im Schub sogar fast zu 40 Prozent. Und Angstsymptome sind sogar noch viel häufiger. 38 Prozent, wenn die Krankheit inaktiv ist und 58 Prozent, also über die Hälfte gemäß Statistik, wenn man sich in einem Schub befindet. Und das ist viel mehr, als Patienten ohne chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, diese Beschwerden. Die Diskussion darüber, wie die Darmentzündung und die Seele zusammenhängen, ist sehr alt. 1900 bis 1950, Sigmund Freud, war man der festen Überzeugung, dass entzündliche Darmerkrankungen psychosomatische Erkrankungen sind. Also, dass die Seele die Entzündung im Darm auslöst. Und man hat das dann einer der Holy Seven psychosomatischen Erkrankungen genannt. Und man hat gedacht, Konflikte innerhalb der Persönlichkeit führen zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das denken wir jetzt nicht mehr. Man hat jetzt 1960 zum Beispiel gemerkt, dass Prätenison, das Steroide, effektiv sind gegen die Darmentzündung. Und das hat eigentlich diese ganze Hypothese vorher gekippt. Wenn Prätenison auf das Immunsystem wirkt, dann kann das nicht allein eine psychosomatische Erkrankung sein. Heute denken wir, wie Niklas das erzählt hat, dass es eine komplexe Erkrankung ist, aber dass das Immunsystem eine ganz zentrale Rolle spielt. Dennoch, wir haben gesehen, dass Depression und Angst häufig sind bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die meisten Patienten und auch die meisten Ärzte glauben, dass die Seele irgendeine Rolle spielt. Und oft gibt es Angst und Depression sogar, bevor der Darm entzündet ist. Also, heutiger Stand des Irrtums, dass die psychosozialen Faktoren nicht die Entstehung, also nicht dafür verantwortlich sind, dass der Darm entzündet ist, sondern die bestimmen, wie die Krankheit nachher weiter verläuft. Also, Niklas hat erzählt, es gibt die Darmentzündung, die Umwelt, die Darmbakterien, die Gene und das Immunsystem und irgendeine Rolle dabei spielt die seelische Verfassung. Jetzt noch kurz, was ist das eigentlich, Angst oder Depression? Einen guten Eindruck geben vielleicht die beiden Bilder auf der rechten Seite. Depression oder Angst, wenn man das erlebt, das sind ganz starke Eindrücke, die einen als Mensch richtig grundlegend in Frage stellen und grundlegend mitnehmen. Bei Depressionen gibt es verschiedene Zeichen. Zum Beispiel schläft man anders, entweder mehr oder weniger. Die Gedanken verändern sich. Man fängt an zu grübeln. Jeder hat Sorgen, jeder macht sich seine Gedanken. Aber wenn man depressiv ist, dann gehen die Gedanken im Kreis, wie in einem Hamsterrad. Und man kann willentlich dieses Hamsterrad nicht mehr verlassen. Die Stimmung ist gedrückt. Man hat Interesse- und Freudeverlust. Also Sachen, die einem früher mal Spaß gemacht haben, keine Ahnung, mit Freunden weggehen, das macht einem auf einmal überhaupt keinen Spaß. Man sieht überhaupt keinen Reiz mehr daran. Man hat auch weniger Antrieb, irgendwelche Dinge zu tun oder auch nur klar zu denken. Und zum Teil kommen auch körperliche Beschwerden, wie Schmerzen, Übelkeit und alles andere dazu. Bei Angst, genau. Also wichtig ist vielleicht, dass man das selber unter Umständen gar nicht merkt, wie man in eine Depression reinrutscht. Und vielleicht merken das auch die anderen nicht gleich, dass es eine Depression ist, sondern man merkt nur, dass sich irgendwas verändert hat. Und deswegen ist es manchmal sinnvoll, diese einzelnen Punkte dann durchzugehen und überlegen, ist das jetzt bei mir so. Oder Patienten, manchmal stelle ich ihnen diese Fragen auch einfach ganz direkt. Und auch wenn der Patient vorher mit mir sogar gescherzt hat, plötzlich sind ganz viele von diesen Dingen dann positiv. Angst ist vielleicht etwas leichter zu verstehen. Jeder weiß, wie es ist, wenn man Angst verspürt. Das kann sein mit einem bestimmten Auslöser bei einer Phobie oder es kann auch sein ohne Auslöser. Und richtige Angst ist begleitet von Schwitzen, Herzklopfen, Schwindelgefühl. Und man macht Vermeidungsverhalten, wenn man sich vor bestimmten Dingen fürchtet, dass man dann einfach diesen Dingen aus dem Weg geht. Und jetzt, wie hängt jetzt zum Beispiel Depression mit einem Krankheitsschub zusammen? Deswegen hier, ich werde Sie ganz kurz versuchen, durch diese Grafiken zu bringen. Das sind Schweizer Patienten von der Schweizer IBD-Kohorten-Studie. Man startet an einem Zeitpunkt Null. Da hat zum Beispiel keiner der Patienten eine aktive Erkrankung. Und jetzt über die nächsten Jahre, das sind 4000 Tage, entwickeln Patienten dann immer mehr eine aktive Krankheit zum Beispiel. Und die Kurve geht immer weiter nach unten. Also je steiler die Kurve nach unten geht, desto mehr sind die Patienten krank. Ja, hier so kann ich Ihnen das zeigen. Also jetzt hier zu diesem Zeitpunkt sind fast die Hälfte der Patienten irgendwann zumindest einmal krank geworden. Und hier die blauen Patienten, also die Patienten, die mit der blauen Kurve zusammengefasst sind, die haben keine Depression. Und dann kommt es viel weniger zu der aktiven Erkrankung. Und rot sind jetzt Patienten, die zumindest am Anfang eine Depression gehabt hatten. Das sind aktive Erkrankungen viel häufiger. Ähnlich ist es mit Operationen. Wenn man eine Depression hat, wird man am Ende häufiger operiert, als wenn man keine Depression hat. Auch zum Beispiel eine Fistel passiert häufiger. Wenn man eine Depression hat, auch häufiger kommt es dazu, dass die Therapien nicht ansprechen, dass die Medikamente einfach nicht wirken. Oder dass man zum Beispiel Prednisone braucht. Also was immer man als Outcome nimmt, wo immer man hinguckt, der Krankheitsverlauf ist schlechter, wenn man Depressionen hat, als wenn man keine Depressionen hat. Also Depressionen hat irgendetwas mit höherer Krankheitsaktivität zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass die Depression die Entzündung unbedingt auslöst. Für diese Beobachtungen kann man sich auch sehr viele andere Mechanismen vorstellen, wie das mit dem Mechanismus zusammenhängt. Das ist nicht notwendigerweise, dass die Depression jetzt die Krankheitsaktivität auslöst. Allerdings sollten wir als Ärzte dann wachsam sein, wenn jemand depressiv ist, dass dann die Krankheit vielleicht schlechter verläuft. Und vielleicht lohnt es auch sich, neben der Entzündung um die Depression zu kümmern. Vielleicht kann man dann die ganzen Patienten von der roten Kurve zumindest auf die blaue Kurve holen. Jetzt möchte ich die ganze Sache einmal noch umdrehen, dass das nicht alles so deprimierend ist. Es gibt neben Depression und Angst auch positive Gefühle. Wir alle freuen uns und wir alle können lachen. Und positive Emotionen sind einfach ein zweiter Zustand, den unsere Seele annehmen kann. Und das ist nicht notwendigerweise das Gegenteil. Also ich bin nicht automatisch glücklich, wenn ich nicht depressiv bin. Man kann fröhlich und traurig gleichzeitig sein. Und positive Emotionen sind sehr günstig für die Gesundheit. Da gab es zum Beispiel die NAN-Study. Das ist eine Studie mit 180 Nonnen. Diese Nonnen hatten als Teenagerinnen am Ende der Novizenzeit eine Autobiografie geschrieben. Sie haben einfach geschrieben, wie ihr Leben, wie sie sich das alles vorstellt. Und das hat man jetzt Jahrzehnte später diese Autobiografien angeguckt und hat dann geschaut, wie oft hatten diese jungen Frauen positive Emotionen, Freude in den Autobiografien geschrieben. Und dann hat man gesehen, dass, wo die Nonnen jetzt älter geworden sind, 75 bis 95 Jahre, dass positive Nonnen mit positiven Emotionen im frühen Erwachsenenalter sehr viel weniger, sehr viel seltener gestorben sind. Natürlich am Ende sterben alle, aber man stirbt dann einfach später mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zu einer bestimmten Zeit. Also positive Emotionen sind eine feine Sache. Man kann vielleicht etwas länger leben, man spürt weniger Stress und, das ist auch eine verrückte Beobachtung, man ist auch resistenter gegen bestimmte Viren. Positive Emotionen können wir auch messen. Da gibt es zum Beispiel den Marburger Fragebogen. Da kann man zum Beispiel fragen, ich habe meine Anforderungen im Griff, ich bin innerlich erfüllt, ich habe mich behaglich gefühlt, ich kann mein Leben genießen, ich bin mit meiner Arbeitsleistung zufrieden, mit meinem körperlichen Zustand und ich kann mich richtig freuen. Wenn man hier überall eine Sex einträgt, dann ist man eigentlich von Kopf bis Fuß ein glücklicher Mensch, zumindest in diesem Moment. Und die Schweizer Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind eigentlich gar nicht so unglücklich gewesen. Also die Punkte waren im Durchschnitt 4,5 bis 4,8, also sechs ist maximales Glück. Also gar nicht mal so unglücklich gewesen, während Patienten mit Colitis ulcerosa, das ist blau ganz oben, etwas glücklicher sind als gelb. Und interessanterweise, das wird Sie wahrscheinlich freuen, die Vergleichsstudien sind alle aus Deutschland und da sind die Patienten und auch Leute, zum Beispiel die Ärzte, wesentlich weniger glücklich gewesen als die Schweizer Patienten. Und vielleicht liegt das nicht nur an der Krankheit, sondern auch an der wunderschönen Landschaft. Wir haben jetzt gefragt, warum ist man als IBD-Patient glücklich oder unglücklich? Also, um es noch ein bisschen genauer zu sagen, es gibt ja hier auch eine gewisse Varianz, eine gewisse Varianität. Einige sind weniger glücklich und einige sind mehr glücklich. Was erklärt, ob man eher zu der unglücklichen oder zu der glücklicheren Gruppe gehört? Und da haben wir jetzt ein bisschen Statistik gemacht und das ist ein ganzer Ring. Wenn der ganze Ring, wenn er geschlossen ist, dann würden wir sozusagen 100% verstehen, warum ein Patient glücklich ist und ein anderer Patient unglücklich ist. Dann würden wir diese Variabilität komplett auflösen können. Jetzt gucken wir uns zuerst sogenannte epidemiologische Faktoren an. Also Mann oder Frau verheiratet, Alter, Ausbildung, Schweizer Staatsbürgerschaft und so weiter. Und das erklärt zumindest in dieser Studie bei uns, in unseren Daten, nur sehr wenig von der Varianz. Schauen wir jetzt nach den Variablen für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Da können wir nicht mehr als fünf, wir können jetzt vielleicht zehn Prozent der Variabilität erklären. Also zum Beispiel, wenn die Krankheit aktiv ist oder wenn man sehr viel, sehr lange behandelt worden ist. Noch besser kann man durch Angst und Depression, Glück und Unglück erklären. Da kann man fast 42% der Variabilität erklären. Und noch mehr kann man erklären, wenn man den Schmerz noch dazu nimmt als Erklärung. Und da kann man fast die Hälfte der Variabilität erklären. Also zu uns die Message für uns als Ärzte. Natürlich müssen wir uns über Ihre chronisch entzündliche Darmerkrankung kümmern. Aber wenn wir Ihnen dafür helfen wollen, auch glücklicher zu werden, müssen wir uns wahrscheinlich um Angst, Depression und Schmerzen noch kümmern. Und jetzt wieder diese Kurve, die Sie jetzt auch schon ein bisschen kennen. Das ist auch wieder, wer kriegt einen Schub. Wir fangen hier an, auf der linken Seite zum Zeitpunkt Null. Da hat noch niemand einen Schub. Und dann warten wir jetzt 1, 2, 2,5 Jahre. Und dann sieht man, dass natürlich immer wieder Patienten einen Schub entwickeln. Und Patienten, die ein hohes Wellbeing, also die eher glücklich sind, kriegen den Schub seltener als die Patienten mit dem niedrigeren Wellbeing. Die sind hier unten. Also die positiven Emotionen, Glück bewirkt, dass die entzündliche Darmerkrankung am Ende weniger aktiv ist. Als letztes, zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen Ihnen erzählen, was vielleicht Ideen jetzt wären, um aus Depressionen und Angst rauszukommen und zum Glück hinzukommen. Also sind verschiedene Dinge. Als erstes gibt es natürlich Psychiater, Psychologen. Es gibt eine professionelle Psychotherapie. Wenn jemand suizidal ist, wenn jemand Selbstmordgedanken hat, dann muss man zu einem Psychiater. Da gibt es gar keine Diskussion. Ein Psychiater ist auch sinnvoll, wenn man jetzt wirklich Depressionen und Angsterkrankungen hat. Ein Psychiater kann verschiedene Methoden anbieten. Das ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Die Idee ist, dass man mit seinem Verhalten und seinen Gedanken am Ende auch seine Gefühle beeinflussen kann. Die Gefühle können wir nicht direkt beeinflussen, aber wir können Einfluss nehmen, was wir denken und wir können Einfluss nehmen, was wir tun. Und so kann diese kognitive Verhaltenstherapie dann Techniken bieten, wie man durch bessere Gedanken und besseren Verhalten am Ende zu angenehmeren Gefühlen kommt. Eine andere Technik ist Mindfulness, dass man aufmerksam wird auf die kleinen Dinge. Smell the roses, würden die Amerikaner sagen. Also Meditation. Man sitzt und achtet auf seine Atmung. Man achtet auf seinen ganzen Körper. Man nimmt seinen ganzen Körper wahr und versucht dann einfach im Hier und Jetzt zu sein. Das ist nicht sehr einfach. Das braucht Training und man muss das eine ganze Weile üben. Und das geht sicher besser mit einer professionellen Anleitung, die einem manche Psychologen auch geben könnte. Das Problem bei den professionellen Psychologen ist, dass man manchmal lange warten muss. Momentan nach Corona ist die Wartezeit drei Monate. Nicht immer zahlt die Krankenkasse die Kosten, vor allem wenn das eine längere Therapie ist. Und nicht immer findet man den passenden Psychologen. Natürlich muss der Patient zum Psychologen oder der Psychologe zum Patient passen. Das ist vielleicht nicht immer der Fall. Medikamente, Psychopharmaka, da bin ich kein Psychiater. Ich kann deswegen gar nicht viel dazu sagen. Es mag dann sinnvoll sein, wenn man wirklich schwer krank ist mit Depressionen und Angst. Vor allem um eine Brücke zu haben im Kopf, um überhaupt für andere Techniken wieder aufnahmefähig zu sein. Wenn man schwer depressiv ist, dann kann man dieses Dreieck nicht nachvollziehen. Vielleicht sind dann manchmal Medikamente am Anfang als eine Brücke ganz wichtig. Natürlich Sport, total wichtig. Sport, hat Niklas schon gesagt, verbessert die Darmentzündung. Und Sport verbessert auch Depression und Angst. Sport ist eigentlich für alle Sachen gut. Und das müsste eigentlich jeder machen. Wenn Sie mich fragen, was? Also dann ist die ausführliche Antwort entweder aerobe Übungen. Laufen, Rennen, Radfahren drei bis fünf Mal pro Woche. Dreiviertelstunde bis eine Stunde. 50 bis 85 Prozent der maximalen Herzrate. Oder wenn man ins Fitnessstudio geht und mehr auf die Gewichte steht, dann sollte man drei mal acht Wiederholungen, 80 Prozent der maximale Leistung. Der einfachere Rat steht jetzt hier unten. Ich würde Ihnen raten, machen Sie den Sport, der Ihnen am meisten Spaß macht. Sie können sich ins Tor beim Fußball stellen. Sie können laufen in einer schönen Landschaft mit dem Ball spielen oder irgendetwas anderes. Und natürlich wissen wir, dass Sie als Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nicht jeden Sport machen können. Natürlich brauchen Sie den Sport, wo Sie durch Ihre Krankheit nicht eingeschränkt sind. Dann der letzte Punkt ist dann Psychohygiene. Ich denke eigentlich, dass man, wir putzen jeden Morgen oder Abend die Zähne, auch wenn wir gerade vielleicht gar keinen Karies haben. Wir tun das auch, um vorzubeugen und um die Zähne gesund zu halten. Und es gibt auch Psychohygiene. Da gibt es Dinge, die man einfach selber machen kann. Da gibt es zum Beispiel eine App, den sogenannten Wobot. Die kann man kostenlos runterladen. Das ist akademisch, das ist nicht kommerziell bis jetzt. Der Wobot kann leider nur Englisch, das ist ein Chatbot. Und der hat einige von diesen psychologischen Techniken dann eingebaut. Warum bin ich jetzt so weit gesprungen? Okay. Und hier zum Beispiel habe ich mich da eingeloggt. Der Wobot ist grundsätzlich immer relativ aufgestellt und freundlich. Guten Morgen, Benjamin, und der freut sich immer, dass man den sehen kann. Und der ist dann relativ heiter. Also im Wesentlichen ist die Interaktion mit dem Wobot meistens positiv. Aber der Wobot erklärt einem manchmal auch verschiedene Techniken. Zum Beispiel wollte er mir Anfang dieser Woche erklären, wie ich am besten Meinungsverschiedenheiten mit anderen Menschen austrage. Also keine aggressive Kommunikation und so weiter. Also der Wobot, der macht freundliche Interaktionen und kann einem viele nützliche Dinge mitgeben. Und das wäre eine Art für diese Psychohygiene. Und das ist eine andere Möglichkeit für Psychohygiene. Headspace ist jetzt allerdings kostenpflichtig, kostet 70 Franken im Jahr, 5 Franken 80 pro Monat. Das ist, wenn ich bei meinem Beispiel von dem Zähneputzen bin, dass es etwa so viel wie eine Tube L-Max kostet. Und Headspace macht Meditation, Aufmerksamkeitsübungen, Schlafübungen und hat vielleicht auch einen gewissen Effekt. Oder eine andere Möglichkeit, Petit Bamboo. Das ist auch eine kostenpflichtige App, die einem Meditation beibringt. Also neben der professionellen Psychotherapie und neben dem Sport gibt es viele einfache Dinge, wie man Psychohygiene betreiben kann. Also jetzt ganz kurz zusammenfassen. Angst und Depressionen sind häufig bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das wissen wir und vielleicht wissen Sie das auch. Und Angst und Depressionen und auch Glück haben irgendwas mit dem Verlauf von der Krankheit zu tun. Und effektive Maßnahmen sind die professionelle Psychotherapie, den Sport. Und ich habe Ihnen erzählt, wie eine Psychohygiene aussehen könnte. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.